Der ist einfach ein leidenschaftlicher Polofahrer. Wer packt du? Wollt ihr beim Brunnen oder wie? Hautbrunnen. Ich werde den Stratrandbrunnen unterschossen, damit ihr nicht auskommt. Ja, weiter wie eine Mine. Haut auf ist, oh Gott. Warte mal. Ich hoffe, ich lieg vorbei. Guck, du vergiss ihn. Ja, Bruder. Dann ein bisschen schießmütig. Vorsicht. Motorraum. Ich fliege tief. Alter, der ging wie brennt. Das ist auf den Außenpfosten, oder wie? Hier. Habt ihr Granaten? So ganz zugelegt. Und, weiter geht's. Eine weitere Munde fortgehe. Das wilde Afrika. Bauerbär. Ja. Wie komme ich da rum? Scheiße, vor dem Umweg. Das war gut heftig. Na gut, heftig. So, das ist nicht das Problem. Gibt's ein Problem? Oder ein Guckel? Ein Feinder? Warte mal, steig aus. Der kriegst du die Guckel weg. Der taugelt. Ich freute Nacht. Hilfe! Du, bist der Sprach! Bauer! Damit du nicht behauptet, du Darling, wusstest. Das mucha macht uns nicht. Ich hab Planeten. beim trennen kommt also nur umgekehrt Mein Freund, du nirg da hinten. Jetzt habe ich eine Molle verschleitert, aus Versehen, Komposilge, Meifelses Gefecht, also Bum, speichern, weiter gehts, wobei, warte mal. Mir geht nur Lüchthaf. Dort rund. Wo ist hier, da ist er. Wobei, ich bringe einen Freihblick. Dann haben wir sie neu. Wolle. Es geht heiß her. Das ist mein Stuhl-Hobby. Nippe die Füte. Das ist mein Stuhl-Hobby. Wo ist der Wüterich? Wobei, schau auf den. Der Weg geht weiter. Geh ich mich so mit in den Mauer. Sekolo. Pipeline. Das ist mein Stuhl-Hobby. Herr Buschmann, warum die Dramatik? Geht was? Geht nichts. Geht nichts. Merten Sekolo. Pipeline Company. Aha. Und ich komm jetzt von links um. bis hin zum Bord. Wie schaut ihn aus? Ich tun nicht. Für mich Granaten, geh. Für die Granatwürfer. So, und da vorne wird wahrscheinlich rund gehen, oder? Hätte ich gesagt. Die Mann zum Kaffee trinken kann ich mir nicht. Oh, schön nass. Panik, obt? So, wie schaut denn aus? Habt ihr die Granaten? Außenposten? Oder keine Granaten? Gerti, Vorsicht. Hey, fix. Meine scheiß Reihen noch. Genau im richtigen Moment. Koppel, warte mal kurz. Gibt ein Dünnschiss. Jetzt geht wieder. Oh, bumm. Da brennt was. Hey, die Buschütten. Ich fahrt's. Warte, Depp. Hat ihn zerlummelt. Also, das Herz ist gebrochen. Hätte ich gesagt. Und hier, ich meine, da ist keiner. Da bin ich noch nicht mehr bei der Pipe-Land. Prison. Da guckte ich fängnis. Möj, da nur hinter dir, da wird. Hau, ich hätte ja ganz gerne ein paar Granaten. Dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Was kommt denn da vorne? 3.000 Posten. Räune, wir stehen noch. Ich gucke hier. Auf wenig. Nutta schluft. Gut hier. Hättest du noch einen Unterschlumpf? Weiter vorne. Aha. Mein Unterschlumpf, komme. Der Unter- und Oberschlumpf. Shit, ich war nicht fertig. Ich hab dich gesehen. Du bist nichts. Und wenn ich mit dir fertig bin, bist du gar nichts mehr. Glaubst du, du kommst gleich davon? Du hast keine Ahnung, du hast mich nicht erwischt. Und weißt du, warum? Weil ich dein schlimmster Albtraum bin. Ein schlimmster Albtraum? Ich nimm's auf. Du Depp. So, wie schaut da rünn aus? Ruhe und Frieden, jawohl. Bei dir haben wir ein paar Kugeln. Nehmen wir hin. Einen Revolver. Tast du mal. Ich meine, eine Granate werfe ich selber. Dann habe ich zumindest einen Revolver. Wer hängt da? Wobei, wenn ich jetzt Granaten finde. Ich werde trefft. Wobei, bin ich ja. Oh Gott, wieder komplett verretro. Bin ich ja da unten. Willst du da links rein? Ich stepp. Auf die Eier. Geht durch, der Meier. Der Meier. Und der Frank kommt. Ne, oder? Die sind die Uli so blöd wie hier. Hey, die sind die. Geht doch. Ach Pickel. Also Leute, langsam wird's kriminell. Wie weit wir das ist, geht noch. Geht Fuß. Quer durch den Busch musst du traben. Aber oben drum ist nicht drin. Steuern, nein, gar nicht. Gerade ein bisschen mehr Munition wäre wünschenswert. Pipeline, ich komme. Beide auf. Ein Molli, ein Granaten. Leukugeln, sechs. Mein Revolver. Da haben wir 21 Schuss. Da haben wir noch was. Ja gut. Das wird ja hinhauen. Dann sollten wir mal improvisieren. Dann schmeiß ich mit Schuinen. Da haben wir alle ein bisschen fremd. Daher einen Rundendreher. Self-Haus. Keine Mokko-Mine. Hast du mich gesehen? Ne, guter. Ich bin ja getarnt. Mein Tarnanzug. Der hat mir nichts bringt. Daher ein Unterschlumpf. Da hinten. Hätte ich freigeschaut, dann würde ich mich freiballern. Oh Gott, die Granaten, natürlich. Wobei, ich kann ihn wieder tauschen. Granaten, null. Scheiße. Na gut. Jetzt hält er wieder dabei, geh. Ich lud ihn dabei. Okay. Okay. Vielleicht schupe ich dich doch noch über die Kistengranaten. Wo ist das Self-Haus? Wo haben wir das? Bin ich weit. Er sprach, dass es nicht weit war. Darf ich, wird dann umso schlimmer. Willigold Village. Und wo ist die Miene? Rechts herum. Können wir da die anderen spinnen? Was sagt ihr denn? Feiern die schon? Das auch nicht mich. Aber hallo. Wir mischen da die Bumme auf. Ladies, ich misch jetzt mit. Ich bin der berühmt-berüchtigte Mitmischer. Der Mit- und Durchmischer. Ich bin der Mit- und Durchmischer. Ich glaube hier, dass die Bumme auf, die Bumme auf. Ich bin der Mit- und Durchmischer. Ich bin der Mit- und Durchmischer. Er ist der Mit- und Durchmischer. Da ist er auch noch zu rufen. Da hat er Marty im Werk. Wie gut. Das war meine Munition. Da ist Feuer im Ausfall. Sie haben ihn verloren. Du hast keine Ahnung. Du hast mich nicht erwischt. Und weißt du warum? Weil ich dein schlimmster Albtraum bin. Der allerschlimmste Albtraum. Mein schlimmster Albtraum. Ich seh dich. Wo bist du, Mann? Da muss ich mich überprüfen. Versucht nichts. So, keine Chance mehr. Die Schwänze zeigt euch. Da ist ein Rind aus dem Flamm aufgenommen, gell? Das ist ein Rind aus dem Flamm. 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 Und die Mine. Dort drunter. Willigold Village. Links unten. Jetzt sogar eine Busstation. Bumm. Wir laufen. Granaten. Null. Mit dem Flamm. Heute ist das nicht besonders bedabel. Was sagt ihr noch? Läuft da durch. Da ist schottig. Da schwindet ich auch so. Und vielleicht findet ihr ein paar Sturner. Oder Feinde. Äh, und? Sturner? Gar nicht. Kein Steinchen weit und breit. Da wir. Umso mehr Feinde. Besser. Wo wohnt der Plan? TNT stehlen. Etwas TNT. Heute freie Schussboden. Von der Dome her? Oder Däurum Ja, ich hatte immer den Goldwäscher Berdauf, auf der Züge Weg ist er Pass auf Mann, vielleicht wollen sie aus ihr in den Rücken fallen Was haben wir jetzt? Oh Gott, Lauterhebung, trifft dich ganz gut. 3. Nacht, wo du noch Interviews hast. Oh gupple, Ladehimmung. Scheiße, noch wieder. Also, wo ist denn gut? Es wird ein bisschen ungemütlich. Moment. Gut, das war Schnau-Pause. Das reicht, ich gebe die Deckung, okay? Ja. Mehr Granate. Ja. Hey, das ist auch blöd. Sollen sie uns in die Flagge fallen? Ja. Noch mehr Granaten. Die wollen die Leute. So, die Hexen perforiert. Wumme, weh er. Wenn er brennt, dann brennt er. Der Depp. So, der Heiliger. Der ist ja nochmal. Spät ein Mal. Wenn's schon mal gut ist. er könnte uns in den rücken verpiss dich warum bin ich jetzt gekommen wenn ich meinen tnt habe dann gehe ich sprich ich dir die flocke darin schon wie es ausschaut eine stunde ja aber hallo munition So, der Sniper ist fuert. Ich hab was besser vorgehabt. Wobei, du beide Pferdl. Sollten wir ein bisschen dicker walten. Ich find's nicht genau da vorne irgendwo. Aber, wenn wir die oben springen. Wie hört denn aus? Die Vögel? Immer der. Ja. Kann das ausgehen? Dynamite. Wer ist denn nicht drüber, der will? Moment, warum mach ich denn hier? Ich kann ja fast riechen. Wir halten in Abstand und suchen ihn. Aim over! Scheiße! Ja, komm, ich riechen. Wenn man da drüben ist, dann kommen seine Kumpels auch hierher. Also pass auf. Weiter, Telefon. Komm, ich hab kurz Zeit. Wo sind sie? Irgendwo da. Wo? Trottel, zeig dich. Fahrt zu mir, ey. Sie haben eine neue Nachricht. Gut, Marty hier. Komm mit fünf Minuten auf den Hügel über dem Segolo-Damm. In fünf Minuten. Er muss hier sein. Also, Marty. Ich komm in den Rechtsversprecher. Irgendwann, bis ihr wisst. Wer greift denn da? Lass mich... Also, die Schnauze, hab ich poliert. Meist du ein da? Da drüben. Oh, der litte Schuss. Diamant, fahr raus. Aha, größer. 54. Mehr Patierte. 55. 50. functions. Am Autos. 25. 29. 29. 30.